Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir haben aus dem G40 Klassik ein Raum-in-Raum-System entwickelt. Die Marke heißt Raumbox. Die Raumbox hat sich entwickelt aus Anforderungen von Kunden, die einfach Besprechungsräume brauchen, die akustisch gedämmt sind. Und daraus hat sich das Thema Akustik sehr, sehr stark entwickelt bei uns in der Firma. Und das ganze Wissen ist in die Raumbox eingeflossen, sodass die Raumbox jetzt wirklich eine sehr gute Schallpegeldifferenz hat und auch sehr gute Schallwerte innerhalb der Box. Bei modularer Bauweise. Das heißt, Sie können die Box groß-klein bauen, jeder Grundriss ist möglich. Das akustische Empfinden ist sehr unterschiedlich. Wenn Sie in einer lauten Umgebung wie hier in der Messe sind, ist erst einmal Ruhe. Man fühlt dann die Ruhe und die Abgetrenntsein von dem Messetrubel hier und das ist sehr angenehm. Typische Anwendung für die Raumbox ist ein Großraumbüro. Heute hat man ja oft Open Space und in manchen Situationen ist es einfach angenehm, wenn die Leute sich zurückziehen können und abgeschottete Gespräche führen können. Dazu dient die Raumbox. Wurde Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau.